Im Namen des Jazzverbandes Sachsen heiße ich euch ganz herzlich willkommen zur Verleihung des ersten Jutta-Hip-Preises. Schön, dass ihr da seid. Jutta-Hip war eine Ausnahmeerscheinung, ein Shootingstar im Nachkriegsdeutschland. Sie lebte in Jazz, erobert also im Nu die Bier- und Nikotin-getränkte Männerwelt des Jazz. In Frankfurt, in München, flieht ja aus Leipzig als Europes First Lady of Jazz, gelangt sie nach New York, hat einen Plattenvertrag, kann sich freuen über Auftritte, Newport Festival, also riesige Konzerte. Dann das Unerklärliche auf dem Zenit ihres Erfolges, hört sie auf. Sie tauscht das Klavier gegen eine Nähmaschine aus, wird nie mehr wieder das Klavier anrühren und arbeitet fortan in einer Nähfabrik. Und das hat mich damals schon stutzig gemacht. Ich dachte, was ist da jetzt passiert? Mit Matti Öhl zeichnen wir eine Musikerpersönlichkeit aus, die mit hervorstechender Bescheidenheit, Leidenschaft und außerordentlicher musikalischer Intelligenz wirkt. Er besitzt ausgefeilte technische Fähigkeiten beim Komponieren und Arrangieren, welche stets einen musikantischen Ansatz erkennen lassen. Seine Hingabe wird den Hörenden durch eine bedeutungsvolle Dringlichkeit in der Musik hörbar. Oiga Resnitschenko hat als Pianistin ein einzigartiges Vokabular entwickelt, welches enorme rhythmische und harmonische Komplexität aufweist und sich durch klar erkennbare Entschlossenheit und Stringenz in hoher Risikobereitschaft auszeichnet. Ihre Musik ist voll ansteckender, freudvoller Neugier. Besonders hervorzuheben ist Resnitschenkos Arbeit mit ihrem Trio, mit Max Stadtfeld und Lorenz Heigenhuber. Sie wird überregional als eine sehr, sehr wichtige Vertreterin der sächsischen Jazz- und Improvisationsmusik geschätzt. Dankeschön. Das Besondere ist, dass vor über 30 Jahren ein Kollege, Manfred Käpsch, in Zwickau eine Fachabteilung Popularmusik gegründet hat und gesagt hat, wir müssen hier Jazz machen. Und das finde ich ganz toll. Manfred lebt leider nicht mehr, also senden wir einen kurzen Gruß jetzt. Aber seine Idee lebt weiter und seine Vision, die er gehabt hat. Und wir können ganz, ganz viele tolle MusikerInnen inzwischen hier in der sächsischen Jazz-Szene verorten, die aus Zwickau gekommen sind. Insofern waren wir uns relativ schnell einig, wer den Ehrenpreis bekommt dieses Jahr. Jetzt hast du es schon halb verraten. Sebastian, kündige ruhig laut und feierlich an. Wer erhält denn den Ehrenpreis des Jazz-Verband Sachsen? Wir haben das Robert-Schumann-Konservatorium schon genannt in Zwickau mit der Fachabteilung POP und heute hier in fast voller Besetzung. Wir freuen uns auf die, vor die Bühne Matthias Kramp, Andreas Bacher, Jens Flug, Nils Falke und Ulf Wilke. Applaus Wir freuen uns auf die Bühne Matthias Kramp. Wir freuen uns auf die Bühne Matthias Kramp.